Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erfand Albert Einstein, um das sterbende heliozentrische Modell vor den schlüssigen Experimenten von Aery, Michelson, Morley, Gale, Sagnac, Cantor, Nordmayer und anderen zu retten, seine spezielle Relativitätstheorie, eine glänzende Revision der Heliozentrik, die in einem Streich den Äther des Universums vom wissenschaftlichen Studium verbannt und ihn mit einer Formel des Relativismus ersetzt, die Heliozentrik und Geozentrik gleiche Verdienste zugesteht. Und wenn es kein absolutes ätherisches Medium gibt, in dem es alle Dinge gibt, dann kann man hypothetisch die Theorie des vollkommenen Relativismus bezüglich der Bewegung von zwei Objekten, sowie Erde und Sonne, aufstellen. Zu dieser Zeit hatten die Michelson-Morley und Michelson-Gale-Experimente schon längst die Existenz des Äthers gemessen und bewiesen, aber die Kirche der Heliozentrik lässt sich nicht beirren. Einstein versuchte nie, die Experimente wissenschaftlich anzufechten, suchte stattdessen philosophisch mit der Idee seiner absoluten Relativität zu widersprechen, die behauptet, dass alle einheitliche Bewegung relativ ist und es keinen absoluten Zustand der Ruhe irgendwo im Universum gibt. Heutzutage wird Einsteins Theorie der Relativität sowie die heliozentrische Theorie als die reine Wahrheit anerkannt, sogar obwohl er selbst zugab, dass die Geozentrik gleichberechtigt ist. Zitat Albert Einstein, Der Streit, so heftig am Anfang der Wissenschaft, zwischen den Ansichten von Ptolemäus und Kopernikus, wäre dann ziemlich bedeutungslos. Jedes Koordinatensystem könnte mit gleicher Berechtigung benutzt werden. Die zwei Sätze, die Sonne bewegt sich und die Erde ist starr, oder die Sonne ist starr und die Erde bewegt sich, würden einfach zwei verschiedene Grundsätze bezüglicher zweier verschiedener Koordinatensysteme bedeuten. George Ellis sagt, Die Leute müssen sich klar sein, dass es ein weites Feld von Modellen gibt, die die gemachten Beobachtungen erklären könnten. Zum Beispiel kann ich dir ein kugelförmiges symmetrisches Universum mit der Erde in seiner Mitte aufbauen und du kannst es nicht anhand von Beobachtungen widerlegen. Du kannst es nur aus philosophischen Gründen ausschließen. Meiner Ansicht nach ist daran absolut nichts falsch. Was ich damit ausdrücken will, ist die Tatsache, dass wir bei der Wahl unseres Modells philosophische Kriterien anwenden. Eine Menge Kosmologie versucht dies zu verheimlichen. Einsteins notwendiger Veränderung der heliozentrischen Theorie folgte letztlich deren Umwandlung in die adzentrische Theorie des Universums, weil die Sonne nicht länger der Mittelpunkt von irgendetwas war und alle Bewegung nur relativ war. Adzentriker begannen bald die Theorie aufzustellen, dass nicht nur die Erde mit 1600 kmh rotiert und sich mit 100.000 kmh um die Sonne dreht, sondern Erde, Sonne und das gesamte Sonnensystem sich gleichzeitig mit 800.000 kmh um die Galaxie der Milchstraße drehen. Zudem schießt die ganze Galaxie mit Erde, Sonne und dem gesamten Sonnensystem ebenfalls gleichzeitig mit einer Milliarde kmh durch eine Urknall-Explosion am Anfang der Zeit durchs Weltall. E. Eskini sagt, die Theorie der drei bzw. nun vier Bewegungen der Erde und anschließend Relativität ist das Ergebnis des Versuchs, eine Lüge mit einer anderen zu decken. Sie sagen, dass wir in London mit einer Geschwindigkeit von fast 18 km pro Sekunde wirbeln, wir bei der Drehung um die Sonne mit fast 32 km pro Sekunde durchs All schießen und die Sonne selbst um einen Punkt im All mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von 241 Millionen km im Jahr und dabei unsere arme Erde mit den addierten Geschwindigkeiten mit sich zieht, die Entfernung, die wir von der Sonne weg sind und in diesem unerträglichen Wirbelwind von Bewegungen versuchen sie Euclids sphärische Trigonometrie zur Bestimmung von Strecken anzuwenden, die damals von Euclid zur Bestimmung von festen Punkten gedacht war, mit dem Resultat, dass sie wilde Berechnungen hervorbrachten, welche einer leichtgläubigen Welt dogmatisch eingetrichtert werden, aber unfehlbar wie die Aussagen von Baron Münchhausen sind. Als Einstein der Welt seine Relativitätstheorie vorstellte, benutzte er oft als Vergleich das Bild eines Fuhrwerkes, das eine Straße entlangrollt. Was wir mit relativer Bewegung meinen, ist im Grunde jedem vollkommen klar, sagt er in einer Vorlesung in der Universität von Princeton. Wenn wir uns ein Fuhrwerk vorstellen, das sich die Straße entlang bewegt, wissen wir, dass es möglich ist, von dem stehenden Fuhrwerk und der Straße in Bewegung zu reden, genauso wie von einem sich bewegenden Fuhrwerk und einer stehenden Straße. Dies jedoch ist ein sehr eigener Teil der Ideen, die im Prinzip der Relativitätstheorie enthalten sind. Gerard Hickson sagt, das wäre richtig lustig, wenn wir es in einer Comic-Zeitschrift lesen würden, aber da es ein Professor Einstein in einer Vorlesung an der Princeton-Universität sagte, dürfen wir nicht lachen. Das ist der einzige Unterschied. Es ist dumm, aber ich darf die Angelegenheit nicht einfach mit dieser Bemerkung abhaken und so antworte ich ziemlich ernst, dass es mir nur möglich ist, von einer bewegten Straße zu sprechen, während das Fuhrwerk stillsteht, wenn ich alle Erfahrungen in meinem Leben verbanne und nicht mehr länger in der Lage bin, die Hinweise meiner Sinne zu verstehen, was Wahnsinn ist. Solch eine Selbsttäuschung wie diese ist kein Denken, es ist die Ablehnung des Denkens, welches die Fähigkeit ist, die richtigen Schlüsse aus beobachteten Sachen zu ziehen und sie nach der gemachten Erfahrung beurteilt. Es ist unserer Intelligenz unwürdig und eine Verschwendung unserer größten Gabe, aber diese Einführung dient sehr gut dazu, die Art der Täuschung, die in der Relativität verwurzelt ist, zu beschreiben. Wenn er annahm, dass sich die Straße bewegt haben könnte, während das Fuhrwerk mit seinen sich drehenden Rädern stillsteht, dann bittet er uns, uns vorzustellen, dass sich in einer ähnlichen Weise die Erde, auf der wir uns befinden, bewegen könnte, während die Sterne, die nachts an uns vorbeiziehen, starr sind. Es ist eine Berufungsverhandlung, bei der Einstein die Rolle der Verteidigung der überführten kopernikanischen Astronomie gegen den Richterspruch von Michelson, Morley, Nordmeier, die Physik, Beweise, Erfahrung, Beobachtung und den Verstand übernahm. Oberflächlich betrachtet mag die Relativität genügend nachvollziehbar erscheinen, besonders wenn ein charismatischer Charakter wie Einstein sie präsentiert, aber ist sie wirklich so einfach und ehrlich? Tatsächlich ist Einsteins Relativitätstheorie so kompliziert und verschlungen, dass bei der frühen öffentlichen Vorstellung gesagt wurde, dass weniger als ein Dutzend Menschen weltweit in der Lage seien, sie zu verstehen. Nachdem Einstein seine Theorie der königlichen astronomischen Gesellschaft vorstellte, lobte der Philanthrop Eugene Higgins einen Preis von 5000 Dollar für die beste Erklärung in Kurzform an, sodass die breite Öffentlichkeit verstehen könnte, um was es sich dabei handelt. Der Gewinner des Preises, Herr L. Bolton, gab selbst zu, dass sie, Zitat, sogar in ihrer einfachsten Form eine harte Herausforderung bleibe. Zusammen mit Einsteins Leugnung des Äthers und allem Gültigen, außer der Gültigkeit der Relativität, musste er eine lange Liste von neuen Ideen und Bezeichnungen kreieren, die alle aufeinander angewiesen waren und dazu beitrugen, das Ganze zu untermauern. Zum Beispiel behauptete Einstein, es gäbe keinen Äther, dass Zeit ein viertes räumliches Maß sei, dass Unendlichkeit und Ewigkeit nicht existieren und dass Licht ein materieller Stoff ist. Dies bedeutete, dass Zeit zu den drei Dimensionen Länge, Breite und Höhe hinzugefügt werden musste, dass der sogenannte Raum mit dem Wort Kontinuum einen neuen Namen erhielt und die Bezeichnung Punkt im Raum-Zeit-Kontinuum in das Wort Ereignis umbenannt wurde. Gerard Hickson sagt, Was immer wir als Punkt kannten, nach dem Ausdruck von Euclid, nennt Einstein ein Ereignis. Aber wenn Wörter eine Bedeutung haben, dann sind ein Punkt und ein Ereignis zwei total verschiedene Dinge. Denn ein Punkt ist eine Ortsangabe, eine Gegend oder ein Platz und wird nur im Zusammenhang mit materiellen Dingen verwendet, während ein Ereignis eine Begebenheit ist, etwas das passiert. Es gibt so viel Unterschied zwischen ihnen, wie es ihnen in dem Satz, das ist ein Korb Äpfel und diese Äpfel kommen aus Neuseeland, gibt. In dem Zeit als vierte Dimension behauptet wird, erklärt Einstein, dass, Zitat, wir als Dimension nur eine von vier unabhängigen Größen verstehen müssen, die ein Ereignis im Raum angeben. Zitat Ende. Dies unterstellt, dass die anderen drei gebräuchlichsten Dimensionen unabhängige Größen sind, was nicht der Fall ist. Denn Länge, Breite und Höhe sind grundsätzlich im Zusammenhang zu finden, sie sind in jeder materiellen Sache gleichzeitig vorhanden, sodass sie zugehörig sind. Daher sind sie keine unabhängigen Größen. Andererseits ist Zeit eine unabhängige Größe. Sie ist unabhängig von jeder einzelnen oder allen drei Anteilen von materiellen Dingen. Sie ist nicht in irgendeiner Weise zugehörig und kann daher nicht als vierte Dimension verwendet werden. Einsteins Relativitätstheorie behauptet, dass Licht eine materielle Sache ist, die daher Gewicht aufweist und der Gravitation unterliegt. Diese Idee bedeutet, Sternenlicht könnte sich nun unter seinem Gewicht beugen und auf seinem Weg krümmen, gemäß der Entfernung und der Masse der Objekte entlang ihrer Flugbahn, was Heliozentriker wie Einstein dazu veranlasste, zu behaupten, dass Sterne in Wirklichkeit nicht dort sind, wo sie erscheinen und dass die Sterne mit dieser neuen Geometrie sehr viel weiter entfernt wären als vorher angenommen. Einsteins Gesetz der Beständigkeit der Schnelligkeit des Lichts besagt, dass Licht immer mit derselben Geschwindigkeit unterwegs ist, 299.990 km pro Sekunde oder 1.079.652.000 kmh. Aber Einstein behauptet auch, dass die Gravitation Licht dazu bringt, sich auf seiner Flugbahn zu massiveren Objekten hin zu biegen. Wenn man einem Lichtstrahl zubilligt, sich aufgrund von gravitativen Ziehen von Massen entlang seines Pfades zu biegen, krümmen oder abzuweichen, dann muss er zwangsläufig beim Annähern an diese Objekte beschleunigen und beim Entfernen entschleunigen. Wenn sich Licht jedoch unter seinem eigenen Gewicht oder dem Gesetz der Gravitation beugen kann, so wie Einstein dies behauptet, dann ist das nicht absolut und kann es nicht sein. Gerard Hickson sagt, Er war gezwungen zu sagen, dass die Lichtgeschwindigkeit beständig ist, weil er beim Unterlassen zugeben müsste, dass seine Geometrie nutzlos ist. Uns wird erzählt, dass Licht eine materielle Sache ist und dass ein Lichtstrahl auf seiner geraden Linie von der Gravitation irgendeines Objektes abgelenkt werden kann, das in seiner Nähe ist, wenn er in seinem Einflussbereich vorbeigeht. Und uns wird weiter versichert, dass Licht immer die einheitliche Geschwindigkeit von 299.990 km pro Sekunde behält. Wir müssen jedoch Professor Einstein daran erinnern, dass dies anhand der Ergebnisse der Experimente von Physikern wie Cornu, Fizu, Foku, Michelson und Newcomb festgestellt wurde. All jene Experimente wurden in der Erdatmosphäre durchgeführt, auf bekanntem Terrain. In all jenen Experimenten wurde ein Lichtstrahl zwischen zwei Spiegeln reflektiert, die mehrere Kilometer auseinander waren, sodass er hin und her stets durch die Atmosphäre gehen musste. Und es ist nicht zu vermuten, dass Licht oder irgendetwas anderes mit derselben Geschwindigkeit durch die Luft wie durch das Vakuum unterwegs ist, von dem Einstein behauptet, dass der Raum eines sei. Lasst es uns umkehren, um es besser zu verstehen. Es ist nicht zu vermuten, dass irgendeine materielle Sache mit einer höheren Geschwindigkeit durch ein Vakuum unterwegs ist wie durch Luft, welche ein bestimmtes Maß an Dichte oder Trübe aufweist. Wenn irgendetwas nicht den Unterschied zwischen Luft und einem Vakuum bezeichnet, dann ist es nicht eine materielle Sache. Es kann nicht Materie sein. Andererseits muss irgendetwas, was Materie ist, einen solchen Unterschied aufweisen. Und in diesem Fall kann seine Geschwindigkeit nicht konstant sein. Das herkömmliche Wissen vor Einsteins Theorie war, dass Licht keine materielle Sache war, dass es in einer geraden Linie in alle Richtungen von der Quelle ausstrahlte, dass es nicht durch Gravitation beeinflusst werden konnte, sich nicht durch irgendetwas beugt, krümmt oder von seinem Kurs ablenken lässt. Wie Lord Kelvin sagt, Licht breitet sich von einer leuchtenden Mitte in alle Richtungen aus. Seine Geschwindigkeit mag durch die Dichte des Mediums, durch das es strahlt, beeinflusst sein, aber das beweist nur, dass Einsteins Gesetz der Beständigkeit der Geschwindigkeit des Lichts nicht richtig ist. Gerard Hickens sagt, Die Länge der von Newcomb verwendeten Strecke zur endgültigen Festlegung der Lichtgeschwindigkeit war 7,44242 Kilometer. Wenn der Lichtstrahl um eine Haaresbreite von der absolut geraden Linie abgewichen wäre, wäre er nie durch die Zwischenräume der sehr feinen Verzahnung seines Drehrades gegangen oder zum anvisierten Punkt auf seinen Ausgangs- und Empfangsspiegeln zurückgekehrt, die 3,72121 Kilometer voneinander entfernt waren. Die Tatsache, dass der Strahl von Spiegel zu Spiegel verlief und durch das Rad, beweist, dass er eine gerade Linie behielt, daher ist es erwiesen, dass er nicht auf seinem Weg zwischen den beiden Spiegeln durch die Gravitation der Erde abgelenkt wurde und daher ist es offensichtlich, dass er nicht von der Gravitation beeinflusst wird. Also stellen wir fest, dass gerade die Experimente, bei denen die gültigen 299.990 Kilometer pro Sekunde als Lichtgeschwindigkeit gemessen wurden, Experimente, die mit der größtmöglichen Sorgfältigkeit und minutiöser Beobachtung jeder Kleinigkeit durchgeführt wurden, beweisen, dass ein Lichtstrahl nicht das kleinste bisschen durch eine Gravitation der Erde beeinflusst wird. Wenn diese Experimente dazu getaugt haben, dass die ganze Welt die Lichtgeschwindigkeit akzeptiert, mögen sie daher genauso gut als Beweis dazu herangezogen werden, dass das Licht sich von seinem Gewicht beugt und es nicht von Gravitation beeinflusst wird. Gerard Hickson sagt, Relativität ist schlau, aber sie gehört insofern zur selben Kategorie wie Newtons Gesetz der Gravitation und die Nebulatheorie von Kant, Heschel, Laplace, als sie ein raffinierter Versuch der Vorstellungskraft ist, eine Theorie über das Universum zu erhalten, gegen die jeder Nachweis spricht. Robert Zungenis sagt, Was Einstein betrifft, wenn du glauben willst, dass Längen schrumpfen, wenn ein Objekt sich bewegt, Zeit sich während des Verlaufs ändert und seine Masse ansteigt, nur damit du die Unregelmäßigkeiten von Michaels Experiment erklären kannst, dann ist das dein gutes Recht. Aber dann würde ich genauso gut antworten, dass Masse, Zeit und Länge gleich bleiben und die Erde sich nicht bewegt. Und ich bin genauso wissenschaftlich wie du, wenn ich das sage.